auch du brauchst echte waffe mein freund wie das klingt wenn die getroffen werden aber es ist eine ordentliche farmtour die wir hier machen ja das sind die die ich meinte genau da haben wir das letzte mal aufgehört weiter nach links zu gehen den fressen ja ich habe auch ein recall portion übrigens hier ist übrigens ein verdammt fies tiefes locht dass mich gerade einer reingestürzt hat ich habe keine fackeln mehr verdammt so dein licht ok auch sofort auch ein licht so was braucht ihr eigentlich so ich bin tot so ach komm kann einer mein zeug einsammeln boah das ist ein wurm ja mach einmal boah da sind hier viele viecher ich kann leider nicht alles nehmen ja ich kriege auch nicht alles gepackt hast du noch so ein support trank ne ne ich meine hahn ist da kein spiegel oder was ich meine doch einen hahn also frokade ob der nicht so einen zu uns port trank hat irgendwo in der base oder so hallo wie hast du gerade auf karl gegangen achso hab ich nicht mitgekriegt oh so dass ich jetzt auch mal ein bisschen was machen kann dass ich hier noch drauf geh nice alter was für ein krasses Schwer ach ich habe keine fackeln mehr ach ich bin extrem neugierig was hier noch kommt warte mal ich hab doch bestimmt so eisfackeln oder so unter dir ich werde sterben bin tot ach da muss ich zu dir laufen ne oder findest du nirgends in einer kiste so ne komische ich glaube nicht nein ist noch jemand gestorben jup pfff hat der basti alles ja die sachen von tim kann ich nicht nehmen und äh all dein zeug konnte ich auch nicht mitnehmen also müssen wir rüber jup wir müssen rüber ich habe mir aber jetzt erstmal der schwert ausgerüstet weil so überlebe ich wenigstens warte was das jetzt für gewaltmarsch wird jetzt auch noch aber wenigstens ist tag mal bisschen schneller vorwärts ja 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 Dummer, dummer Pinguin! Dodgen! Eiskalt drüberlaufen! Eigentlich, wieso bin ich jetzt so lahm? Weißt du nicht, geslowed oder so? Ich bin echt geslowed, ich bin gekühlt. Ja, jetzt du, da lauf ich aufeinander. Ich find hier doch voll die Sachen grad. Schön! Huch! Leck! Eieieiei! Okay, das geht nicht. Was?! Skill war! Natürlich ist er bei mir hier auch nur Blub! Hast du den Skill ziehen? Ja! Blöder Blub! Pustekuchen! Hey! Wow! Ich bin irgendwie von den Tasten abgerutscht. Wir haben gar nicht mehr wirklich Wege. Nee, also wir haben ja genug Leben, das ist ja das. Oh, hier ist irgend so ne rote Pflanze! Die sieht interessant aus. Schon schon. Oh, ich bin direkt hinter dir übrigens. Ich sehe dich immer wieder herblinken. Hull auf, verdammt. Kopf an, Kopf renn. Achtung, blub. Errungenschaft, Marathon. Ah, ich habe Marathon gelaufen. Den habe ich schon vor zwei Folgen gehabt. Ah, nein, wieso kommst du da hoch und ich nicht? Nein, boah, das geht halt echt gerade so. Los, 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 nein. Komm schon, komm schon. Meine Damen und Herren, hier sehen Sie ein eiskaltes Rennen. Ja, nein, wieso ist der bei mir auch nicht gesprungen? Wokade führt. Dicht gefolgt von Delirion, der das Rennen gewinnen wird. Nein! Oh, oh, es wird nach. Oh, oh. Ne, ach ne, das ist nur das Dämonenzeug. Glaube ich. Nein! Oh, Basti, wir brauchen dich jetzt. Ja, warte mal. Nicht warte mal. Einer muss da noch hier runter gehen. Da sind nur ein Haar und seine Sachen. Meine Sachen sind doch noch da vorne irgendwo, oder? Hast du das Seil? Ja, ich habe da ein Seil runtergefahren. Ah, sehr cool, danke dir. Schau mal, da müssen vielleicht noch... Nein! Ja. Ach, Basti! Das Seil geht nicht bis nach unten. Ja, das... Ich habe es so weit runter gebaut, wie es ging. Ah! Basti! Nee! Ich laufe da mal wieder los. Wo ist Tims Zeug? Spring da nicht rein! Das Seil ist nur Betrug. Ja, keine Ahnung. Ich kann doch nicht nach unten. Wo läufst du hin? Ne, ne, kein Thema. Ja, zu Tims Zeug halt. Ich gehe gleich wieder drauf, Mann. Rüste dich erstmal aus. Kann ich doch nicht. Ganz ruhig. Dann bau dich ein. Bau dich ein. Ich habe doch nichts, Mann. Du hast doch gerade Sachen aufgenommen. Ich bleibe da wieder weg, also. Ich bin wieder in der schönen Welt. Ich kann mal gucken, dass ich irgendwie das Seil da rumbringe. Endes Problem. Ja, Powerwalking hier. Erzähl mal was. Was habt ihr denn so gemacht jetzt? Ich könnte mich jetzt unter Wasser verstecken, aber das halte ich für dämlich. Was habt ihr das Wochenende so getrieben? War da unterwegs? Socken. Socken. Hast du was? Socken? Socken. Lol, ich habe fast gar nichts von meinem Scheiß-Stuff. Oh oh. Das war ja nur noch den Rest, den ich nicht tragen konnte. Ein paar Sachen hatte ja auch ich aufgehoben. Aber du hattest auch verdammt viel Stuff in der Tasche, mein Freund. Du müsstest immer wieder ausmüllen. Nein, das wird mich töten. Ich bin tot. Das ist so deprimierend, ich sag's dir. Das ist so fucking deprimierender Bullshit, Alter. Ich weiß. Das ist so fucking deprimierend. Boah, wie ich es hasse, Alter. Ich hasse es so dermaßen. Dieses verfickte X-Game. Oh, der Scheiß gibt mir so viel Zeit. Weißt du, was das Riese ist? Nein, ich hasse. Das ist so zum Kotzen, Alter. Ich fühl mich jetzt ein bisschen besser. Weil ich ja jetzt auch laufen musste. Und jetzt musst du auch noch mal laufen. Gibt es, Alter. Gibt mir ein bisschen ein gutes Gefühl. Alter, Tim, in was für eine Höhle bist du da gefallen, Mann. Ja, ich weiß auch nicht, die sehe ich tief, Mann. Ich laufe jetzt nicht. Alter, Verwalter. Und da sind halt so viele Viecher da unten drin. Ja, ich bin gleich da. Also gleich heißt es bald. Ihr bringt mir mein saftgefälligst mit, sonst hasse ich euch. Sonst gehe ich raus und komme mit meinem Softcore-Charakter. Das ist so leider nicht möglich. Doch, ich komme mit meinem Softcore-Charakter. Wir konnten ja vorhin schon zu zweit dein Zeug nicht tragen. Dann bringen wir meine Ausrüstung. Hufi hatte ich jetzt auch nicht dabei. Oh, endlich. Das regt dir so auf, hier. Ohne Scheice. Ui. Das regt so auf. Ach, da bist du gestorben? Ja, in der kleinen Höhle drin. Aber das ist kaum der Rede wert, was da rumliegt. Das ist da wenigstens ein bisschen was Rüstungstechnisches dabei. Das ist ja gar nichts. Nix ist da. Ich hab das jetzt aber mal mitgenommen. Schuhe, ja geil. Die zieh ich jetzt einfach mal an, gell. Ah, du bist in die beschissenste Höhle ever gefallen. Ich bin nicht in die scheiß beschissene Höhle gefallen. Ich bin da reingefallen. Nachdem er mein Zeug mitgenommen hat, ja. Ja, ich bin ja reingeschubst worden. Das war ja der Spaß. Ich bin ja nicht freiwillig reingefallen. Alles, alles in Folge. Lass mich raten. Vielleicht sind wir bei Folge 18 oder 20. Ich bin übrigens gleich da, Basti. Alter, wie weit geht denn das noch? Oh, fuck. Bleib am Leben, mein Freund. Bleib ja am Leben. Ich bin gleich da. Nein. 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 Fick dich. Ich hab nichts zum Kämpfen und hier oben ist so ein Viech. Ich bin, ich bin da, so gut wie. Basti. Fuck. Merci, merci, merci. Schnell ausrüsten. Der zurück. Hier ist noch irgendein Wurm. Ah, jetzt hab ich ihn endlich. Wurren, Wurm, ich. Hat der seit halt echt fast 4.500 Fuß weg. Waffe, 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 Waffe. Hast du meine Waffe, Basti? Ne, glaub ich nicht. Die wird wahrscheinlich auf der anderen Seite liegen. Waffe, 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 Waffe. Aber das kann sein. Scheiße, jetzt hab ich gar keine Waffe. Wo ist meine Waffe? Alter, wie weit geht's denn bis da runter? Schau mal, da rechts liegt auch noch Stuff. Kommt verspitzhacke. Ach, dann bin ich nochmal gestorben. Aber ich find mein Stab nicht. Ja, vielleicht hab ich ihn doch eingesackt. Ja, schau mal schnell bitte, weil dann kann ich nämlich mitkämpfen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, da bin ich einfach nur zu blind gerade. Ah! Wie sieht denn dieser scheiß Zauberstab aus? Wie ein Zauberstab halt, so ein kleiner Zahnstoffer ist das. Ich hab keinen Zauberstab. Goddammit, wo ist der denn? Der wird da unten links liegen, hier. Du hast deine Sachen, glaub ich, so aufgeteilt in beide Richtungen. Ich seh ja hier nix. Hast du ne Fackel oder sowas? Alter, vielleicht geht dann das da noch runter. Das kann doch nicht so weit gefallen sein, oder? Weiß ich nicht. Sag mit dem Schwert, dann siehst du was. Nee, da ist in die kindertste Höhle ever. Da ist, glaub ich, nichts mehr. Aber ich hab keinen Zauberstab. Hä, ich hab den aber auch nicht. Warte mal. Also, oder ich erkenn ihn bloß nicht. Gleich mal um mich rumstehen, irgendwie, keine Ahnung. Ich hab meine Spitzhacke und alles, die Axt ist da, aber der Zauberstab leider nicht. Ohne meinen Zauberstab geh ich ja nicht weg, das ist, ist meine Waffe. Ja, wenn er da rechts nicht liegt, dann muss er ja da drüben liegen, oder? Hier war nur die Kofferspitzhacke. Ah. Warte mal, ich hab hier grad noch ein paar Sachen aufgesammelt. War er jetzt da dabei? Da oben ist noch was, da muss er dabei sein. Siehst du es da oben? Ja, da, ja. Oh Gott, ich, ich, ich hab hier, ich kann nicht mehr, warte mal. Scheiße. Da liegt doch hier voll ein Zauberstab. Ich seh ja hier nix. Ja, da liegt er, aber ich, ich hab keinen Platz mehr. Ich hab so viel Platz mehr. Dann schmeißt halt irgendwas aus. Ja, ich hab grad, ich hab grad aus Versehen schon den Helm, den Helm zerstört. Jetzt hab ich einen Pilz gegessen. Er hebt doch alles auf, bis auf meinen fucking Zauberstab, Mann. Oh, halleluja. Ah. Oh, zum Glück hast du hier ein Seil gespannt. Ich hab ihn, Basti. Ah, der ist öffnig. Jetzt kann ich wenigstens helfen. Okay, jetzt kommen wir aber hier nicht mehr hoch. Ich muss sagen, dass mir das echt zu blöd ist. Oh! Nimm den fucking Trank. Alter, jede Scheiße hab ich hier in der Tasche, ey. Ohne Witz, wer nimmt denn so viel Krempel mit? Äh, du, 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 du. Ja, Mann, ohne Witz! Ich bin fast tot, weil ich, oh. Die Taschen voller Krempel hab. Kommen wir doch irgendwie hoch, Basti? Ja, wenn wir uns da durchbuddeln, aber ich kann halt nicht buddeln und... Ja, warte, ich kann buddeln. ...Ponster töten gleichzeitig. Ja, kämpfen kann ich jetzt auch, aber ich hab echt fast kein Life mehr. Wir müssten uns eigentlich mal irgendwie... Oh! Gott sei Dank. Ja, komm mal schnell, bevor der nächste Wolf wiederkommt. Du schießt bei mir übrigens die ganze Zeit. Ja, du sollst ja buddeln. Du hast doch gerade gesagt, du buddeln bist. Irgendwie passiert bei mir gerade gar nichts, ne? Ne, ne, ne. Das kann ich nicht abbauen, die Steine. Ja, ich kann die Steine auch nicht abbauen. Was sind das für Steine? Ja, dann müssen wir es halt irgendwie anders machen. Boah, jeder Schwede. Hab ich denn hier irgendeinen Dreck oder so? Ah, komm mal hier hoch. Wow, ich bin sozial und hier für beide Wegler umbauen und du. Was? Ich komm jetzt mit einem anderen Schaden. Nee, brauchst du nicht. Wir haben es ja gleich. Ja, trotzdem. Dieses ständige Materialwiedergeholle, das nervt so hart an. Und das nervt so hart an. Boah, jeder, die Spawnen hier auch, das ist ja der Hammer. Aber rein theoretisch haben wir doch jetzt alles, oder nicht? Ich weiß nicht, dein Zeug liegt doch da oben noch, weil du gesagt hast, du hast zu viel Müll da irgendwo. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Alter! Ohne Witz! Wer hat hier Fackeln, Mann? Irgendjemand muss Fackeln haben. Ich hab nicht eine Fackel im Eventar. Weg damit. So. Jetzt geht er weg, du blöder Block, du blöder... Blöder... Boah, jeder Schwede... Da hat jetzt dann alle deine Sachen... Da liegt noch was von mir. Ich kann halt auch... Ich muss... Ich muss erst mit dir kämpfen, das nützt uns nichts. Oh Gott, kein Mahler mehr. Okay, warte, ich gucke ganz schnell. Mit dem blöden Haken hier. Liegt hier noch was? Nee, ne? Siehst du noch was? Ich guck nicht. Können wir uns zurückporten? Alter, ich hab so viel Zeug, hey. Zombie-Banner, Fledermaus-Banner, Alter. Können wir uns zurückporten? Ich glaube, ja. Tun wir's einfach. Komm, wir machen's. Ja, du hast deine Rüstung und sowas, oder? Ja, 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 ja. Ich bin doch schon zurückgeportet, gell? Ja, aber ich wollte jetzt nicht einfach dann, wenn du sagst, ach, ich hab doch nix irgendwie, dann muss ich... Nee, nee, hätte ja sein können, das lag, deswegen sag ich dir lieber nochmal Bescheid. So, Hahn. Großes Aussortieren. Wo bist du? Ich bin's mit einem anderen Charter. Dann ist das Dauergesterbe echt zu doof. Ja, komm ran. Wir haben deine Rüstung. Äh, warte mal. Was, die hat auch ne Waffe, oder? Boah, wer hat denn die Entscheidung-Shadow-Scale-Mail? Hattest du die, Hahn, oder was? Was? Die Entscheidung-Shadow-Scale-Mail mit sieben Abwehr. Nee, nicht, dass ich wüsste, außer es hat gedroppt, vielleicht. Ja, das muss wohl gedroppt sein. Also, meine Ausrüstung normalerweise war Gladiator-Hemd, Eisenschuhe und... Ja, weil, guck dir das an, hier, äh, sieben Abwehr und Nahkampfangriffstempo. Gib ich dir mal, weil du bist ja unser Nahkämpfer. Äh, ja, die kannst du auch haben. Das waren auch deine. Wurmzahnen, die, ja, so Krempel behalte ich jetzt einfach mal. Den sortiere ich dir dann aus. Dann musst du wenigstens selber nicht aussortieren. Gewöhnst dir nur nicht an. Äh, äh, ist mir jetzt ein Bandern-Zylinderhut. Hattest du einen Zylinder? Nee, ich vermisse noch meinen Darks-Enter-Harten-Ding. Den hab ich nicht... Wie das aussieht. Super-Zug. Ja, oder? Ja, ich glaub, du hast jetzt alles von mir. Oh. Ja, wüsste ich jetzt nicht. Ja, ich hab noch bestimmt ein bisschen was. Da oben müsste die Rückwand, glaub ich, noch fertig gebaut werden. Dann wird da oben auch noch jemand einziehen. Eventuell. Ja. Aber, alles bei Zeiten. Da warte ich jetzt nicht voll. So, jetzt erstmal die ganzen Barren hier wieder aussortieren. Das gehört mir nicht. Das gehört dir nicht? Das ja. Ja, er wüsste vielleicht das ein oder andere auch von mir haben. Ja, die ganzen Banner packe ich jetzt in die erste... Nee, die ist voll. Okay, packe ich in die zweite Braune. Ja, auch die Türen, alles weg da hier. Das andere... Was, obsidierend Schäbe gezackt? Ähm, Samen, Alter. Oh, da wird's spinnen, jetzt brauche ich auch nicht. Gravitationstrank, was? Zum Steuern durch der Schwerkraft, eine Minute und Dauer. Cool. Saphire mal in die andere Truhe, dann Winsel. Äh, grüner Pilz, Todeskraut. Gott, Pilz, Todeskraut. Hahn, deine Granaten und so. Verfaultes, weg damit. Wurmzahn, weg damit. Recall Potion. Die schmeiß ich dir hier hin, Hahn. Oh, die hat Schütze, Snitch jetzt. Ich erwarte, ich habe jetzt so einen Spiegel auch. Echt jetzt? Ja, mir ist es so kompliziert, immer wieder zu sterben und dann auch aufzusammeln. Ja, und das wird mir ja wahrscheinlich immer noch passieren. Ja, ja, klar. Dass du Serverabhängig bist und nicht dein Charakterabhängig bist. Ja, auch interessant. B-Sklarinät. Wie ist es aus, Lugin? Ja, probier's halt aus. Ach, gehst du da vor die Tür, wenn ein Zombie kommt und dann lass dich halt mal töten. Musst du auch nicht weitlaufen. Wenn dann mal ein Zombie kommen sollte. Aber ich habe das Wichtigste von allen Sachen wieder. Was denn? Hilf gleich wieder, die Stimmung hier. Heiß Brottskissen, ey. Ey, das ist goldwert, das Ding. Wörtlich, oder? Ja, wieso kann ich hier kein Banner hinhängen? Ist da die Decke, oder was? Jo. Dann hängt man hier hin. Oh, ich geh steil bergauf. Ich hab so'n Druck. So. Ja, perfekt. Gut, ich bin wieder durchsortiert. Wo stehen wir als nächstes? Alter, wir brauchen unbedingt ein neues Erz. Ich bin Batman. Aber ich muss jetzt immer ganz schnell auf Clou. Bin gleich wieder da. Aufnahme läuft weiter. Ich bin Batman. Ich sag' genau, Batman. Guck mal, ich geh von außen in unser Haus rein. Du bist ja toll. Du gehst von außen in unser Haus rein. Kannst du nicht wie... Batman geht nicht wie jeder normale durch die Tür. Ja, da ist ja ne Tür. Ist doch nicht wie jeder normale. Alter, war mal das. Jetzt mach ich den Fresser-Banner auf. Ja, tu mal die ganzen Banner da aus deinem Inventar raus, weil wenn ich die wieder alle mitnehmen muss. Das war ein bisschen zu... ...mach too much zu mitteln. Das ist mir gleich... Das ist mir gleich die ganze Scheiße hinten wieder rausgekommen. So viel Sache, wie ich mitnehme muss. Ich glaube, mir ist das so hart mit dem dauernden Gesterbe. Ich bin's mit meinem Softcore-Charakter. Das würde mich jetzt interessieren. Geh mal sterben jetzt. Ja. Das war mir auch ein Softcore-Charakter. Mir geht's langsam auch auf und sagt, dieses ewige wieder auf. Das war jetzt noch 140 Leben mit dem Charch. Aber ich... Ja, aber du hast ja dein Schwert und alles. Und ich hab dir alles aufgehoben. Malerweise. Ja, mach mal das. Ich sollte eigentlich noch ne Truhe leer machen. Gegen das Eichhörnchen kannst du da sterben gehen. Ne. Ich weiß nicht, ich hab hier zu wenig Truhen. Ey, guck mal meine Hardcore-Nahkampfwaffe an. Wo ist denn die? Da, gib dir die Nahkampfwaffe. Zombie-Arme. Genau. Da sag ich nur eins drauf. Ach, wie cool. Vielleicht dir den wiedergeben. Ich weiß nicht. Ich hab jetzt nen Schnorselstift. Hast du ihn? Ja, hast du ihn. Heißt das, du kannst unter Wasser jetzt achten? Ich muss schnell laufen. Miau. Heißt das, du musst du den Hut zocken? Der machst du jetzt einen auf Laserschwertkampf? Was weißt du? Wenn dein Dankenbom-Vater hast. Wo ist dein Laserschwert? Wo ist dein Laserschwert aus? Ich hab da gar keinen... Er hat auch... Er hat auch...